Hallo und herzlich willkommen zurück zu Red Dog Gamble. Wir spielen jetzt Germany gegen Indonesien. Gegen Indonesien Rot. Gesundheit. Mini Tisch Fußball. Normalerweise ist das Spieljahr hier glaube ich nicht. Kommt hier immer der Trink rein und immer wenn ich ein Tor schieße, muss ich was trinken. Allerdings der Tisch hier so wackelig ist, stellen wir das Vorsicht hier hin. Nimm das vielleicht noch weg. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Die Bälle lassen wir hier und jedes mal wenn wir ein Tor geschossen haben, muss der, der es zu geschossen hat, eintrinken. Ein Latte Macchiato. Das ist so extrem. Okay. Wer fängt an? Du. Schnick schnack schuck. Okay. Schnick schnack. Oder? Ne, warte, wir müssen das machen wie beim richtigen Fußball. Wir müssen eine Münze schmeißen. Kopf oder Zahl? Kopf. Kopf. Okay, ich schmeiß meinen Kopf hoch. So. Und der Münzenwurf wird klassisch mit den 50 Cent Stück gemacht. Also Geld oder... Was ist das? Ähm, ich glaube das war Österreich. Geld oder Österreich? Kopf oder Zahl? Kopf. Ah, warte. Kannst du das? Und was ist es? Zahl. Ich darf mir auch suchen. Seitenwechsel oder Anstoß. Ich nehme den Anstoß. Mach dich bereit. Auf Plätze. Fertig. Los. Okay. Nochmal. Auf Plätze. Fertig. Los. 1-0. 2-0. Ach, ich muss einen trinken. 2-0. Ach, ich muss einen trinken. 2-0. Ach. 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 2-0. Ach Okay, ja, tust du den Anschluss. Ja, 3-0! Prost! Ah, war! Du kommst auch war! Schmeckt gut? Schmeckt gut? Also du darfst nur nicht trinken. Okay. Ah! Ja! Ja! Auf der Linie zurück! Hättest du mal lieber ein bisschen hochgehoben, ja? Ohhhh! Ohhhh! Ich hab' befallen! Noch nicht! 4-0! Schmeckt aber so ähnlich wie dein Eiskaffee auch. Ja? So ähnlich! Okay! Okay! Also, das Spielbrett ist nicht grad hundertprozentig gut. Ich glaube ich mach' mir später hier auch Löcher rein, damit man die so reinschmeißen kann. Du isst es noch! Nicht gut! Jetzt! Ah! Nein! Nein! Mach' mal den richtigen Einwurf! Ja! 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 Null! Und Seitewechsel! Halbzeit! Halbzeit! Seitewechsel! Oui! Ich spiele viel Tränen. Ich sitze da wo du sitzt und du sitzt da wo ich sitze. Ach so! Nur wechseln das? Ja! Ja! Wechsel! Sonst muss ich die Seite wechseln. Haha! Aua! Ich muss doch die Gläser wechseln. Du hast zu nah dran beim Schönen. Ich hab' zu lange Beine. Obwohl... Warte mal! Nee! Es geht, geht! Ich hab' lange Beine! Ich werde das! Äh! Du! Uuuuh! 6-0! Das geht doch nicht! Mensch! Ich möchte auch gewinnen! Davon sieht man zur Zeit nichts! Hahaha! Okay, let's go! Uuuuh! 7-0! Warte mal! Also, ich glaube, ich wäre jetzt schon besoffen, wa? Wenn das alles Schnaps wäre. So kurz hintereinander. Dann werde ich schon... Und dann möchte ich den Balli einen mehr treffen. Dann wirst du gewinnen. Oder ihr müsst das Schnaps trinken und du Kaffee, ja? Nee! Du musst noch den Kaffee machen! Okay! Noch drei Tore, dann hab' ich gewonnen! Hihi! Wuuuh! 8-0! Noch ein Tor! Geht ja nur bis 9, ich sagte gerade 3! Ahhhh! 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 Der Heilpott ist schon leer hier! Ja! Ja, ich denke auch! Ich hab' nur einen Anstoß gehabt! Ja, mach! Ich hab' auch! Hey! Trinken! Ja! Lecker? Nicht so. Zu viel Milch? Ja, sehr milchig. Schmeckt aber so ähnlich wie der Eiskaffee, ja? Wenn mehr Kaffee ist gut. Bereit? Ja! Da! Der Ansto! Ach! Wuuuh! 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 Jaaaa! I am the champion! I am the champion! Cheers! Ich bin verloren! Das war das 9 zu 1 für Deutschland. Du hast so viel Alkohol getrunken, das war's! Lona ist... Wie heißt das? Mau? Ne? Besoffen? Mabuk! Mabuk! Lona! Mabuk! Mabuk! Mabuk Janda! Okay! Ähm, jetzt hat Deutschland... 5 zu 3 war das jetzt, ne? Wirklich! 5 Indonesien, Deutsch dreimal Sieg! Also! Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen! Ich hoffe, ihr hattet Spaß gehabt! Wir haben sehr viel Spaß gehabt! Auch wenn ich Lona so was von abgezogen habe! Pfuuuuh! Ja! Also! Viel Spaß beim nächsten Video! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Wehire